Der ist eh nach oben. Der ist da raus. Okay, wir haben hier... Okay, da ist ein Medikid, da ist ein Medikid. Was haben wir hier? Scheiße, wo kann ich mich verstecken? Ach ey, hier konnte man sich ja gar nicht verstecken. Mist. Schreien einfach. Was? Nee, Sarah, wie kann man... Ist das ätzend. Wir spielen schon auf leicht. Ich meine, wir spielen auch schon auf leicht. Wieso ist das immer noch... Ich guck mal, was wir hier noch gebrauchen können. Da können wir uns verstecken. Wo sind wir eigentlich jetzt? Okay. Bindemittel ist voll. Okay. 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 Sarah, was ist los? Nicht rausgehen! Okay, er ist eh weg. Okay, da haben wir auch nichts. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Adolf-Zulassung angeben. Samuel, ich habe die Medikamente. Das wissen wir. Ey, das Runterscrollen, das dauert. Ey, wie kann der so schnell sein? Mein Mann! Ja, Sarah, da ist Gacke. Ach! Klasse, wir sind wieder hier. Versuche einfach wieder durchzurennen. Da hatten wir ja nichts besonderes, ne? Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Ruppi, wir haben Schüsse gehört. Ja, ja, Schüsse. Jetzt habe ich nicht abgespielt, oder? Guy, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tator entstört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was. Wenn ich rausfände, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine scheiß Dienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixen Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Gott, wir müssen da hin. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Ich glaube, wir müssen wieder zurück den Weg hier lang gehen. Pass auf, gehen wir dann doch mal hier rein. Ich glaube, da hinten war ja noch was. Pass. 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 Ich wusste gar nicht, dass wir noch unterm Bett verstecken können. Okay, ja, wir müssen diese Richtung auf jeden Fall Madain, für den Fall, dass ich mich verstecken muss. Da ist eine Karte. So, Karte aktualisiert. Welche Karte ist aktualisiert? Falsche Richtung, wir müssen da hin. Wohl, ganz da hinten war ich ja auch noch nicht. Der ist genau über mir. Eine Kacke. XL Reaps. Danke für den Follower. Okay, der ist anscheinend wieder weg. Ach, wenn ich jetzt speichern könnte, das wär's. Schrott können wir auch nicht einsammeln. Ich weiß nur nicht, ob es eine gute Idee ist, diesen Weg zu gehen, obwohl wir andere Richtungen müssen. Aber man weiß ja nie, was wir noch finden. Geht da rein, geht da rein, geht da rein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, ich schwöre, lass mich bitte in Ruhe. Lass mich einfach nur in Ruhe, Mann. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Mann. Ich renne einfach wieder, ist mir egal. Ja, wo bin ich? Wir waren auch schon so gut weit. Schnuppern? Ja, er will schnuppern. Okay. Weg ist er. Jetzt will ich mich aber wirklich flaxen, oder? Was hatte ich ja gesagt? Wir müssen ja hier vorbei. Wir müssen ja so oder so hier vorbei. Das heißt also, ich gehe mal doch den Weg mal entlang. Da geht es später hin. Na? Na? Wie fällt das hier raus? Was? Was der mich verarschen will, oder was? Shit. Ach, der ist hier. Ja? Ja. 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 Sehr gut. Wo war die jetzt? Okay. Okay.